ARD Text im Auftrag von Funk Labyrinth Warum bewegt sich dieses rote Fieder? Okay, wir haben hier ein Labyrinth und ich glaube, da dürfen wir nicht drauflaufen. Ne, ich glaube nicht. Ich möchte da nicht drauflaufen. A vase full of water. Ach genau, das war ja immer dafür da, um uns zu erleben, hier zu restoren. Ähm, ich glaube, wir müssen hier irgendwie laufen, ohne die roten Sachen da zu berühren. Check directly south from the red paint. Äh, paint. Also direkt südlich gehend von dem roten Gemälde. Äh, wenn wir schnell sind, kommt vielleicht an denen vorbei. Oh Gott. Steht da? Do you like Maces? Ne, ich hasse eigentlich Labyrinthe. Ich glaube, ich darf hier nicht rüber, ne? Oh, doch, darf ich. Okay. Ich darf da einfach rüberlaufen. Warum mache ich mir denn da so einen Kopf drum? Haha. Ich glaube, die machen mir Schaden, wenn ich gegen die laufe, oder? Irgendwie, irgendwie habe ich das... Ich hab's, Evorin! Dass die mir Schaden machen. Aber ich will da oben noch hin. Ah. There's a trick to solving Maces. Hack the right hand side and you will reach the end eventually. Not a bad trick, but that doesn't help the ceiling, being far too low for comfort. What a mention of it. Ha! Ich soll aufpassen, dass ich nicht zwischen die komme. Äh, whoa. Äh, Jungs, wir sind, äh, am Arsch. Er hat's gesagt. Gut. Ja. Äh, aber das Gute ist, wir müssen jetzt ja so gesehen gar nicht mehr in das Mace reingehen. Wir haben da jetzt ja nichts Neues gefunden. Ich soll einfach nur direkt südlich von dem roten Dings gucken. Das ist aber nicht das rote Dings, was gemeint ist anscheinend. Äh, was haben wir hier? Auch nicht. Hü, 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 hü. Ja. What the fuck? Ah, Sachen wahrscheinlich so verschieben. Schon verkackt? By the way? Ne, doch nicht. Doch, doch. Oder? Sachen anscheinend dann wohl so verschieben. Dass man an dieses blaue Tropfteil da kommt. So geht's schon mal nicht. Was, was, was bewirkt der blaue Tropfen da wohl? Was denkt ihr? Sagt mir. Los. Ihr wisst das. Okay, ähm. Hm. Hm. Wie sollen wir das lösen? Hm. Ah so. Ja. Ha. Obtäne die A-A-Aidrops. Träne wahrscheinlich. Eyedrops. Augen. Hi. Hä, hä, hä. Flowers. Flowers und Eis. Gib mir das. Die Flower. Okay. Deine Flower, bitte. Wollen wir ihm eine geben? Ich gebe ihm eine. Ich vertraue ihr immer Strangers. N-Now hold on. Are you sure about that? Ähm. Ja, wenn ich ihm die nicht gebe, würde er mich wahrscheinlich beißen oder so ein Scheiß. Well. Sch- Okay, ich sollte manchmal vielleicht doch auf Gary hören. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so doof, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube. Ich glaube, wir sollten öfter auf den hören, das ist ein netter Mann. Ein netter, netter Mann. Ja, ja. Die Jugend heutzutage. Wenigstens habe ich noch das Muster im Kopf, wie ich laufen muss. So. Kommen wir hier auch wieder nach unten. Dem da oben geben wir also, da gehen wir gar nicht hin. Da wollen wir auch gar nicht hin. Nee, nee, nee. Weg, weg, weg. Was steht hier denn? Ein Painting von der Szenerie. Weiße Schlange. Ein bisschen Eis. Ein Mädchen. Die Augen, da machen mir immer noch Angst. Ich soll jetzt direkt südlich vom roten Gemälde gucken. Erstmal. Das ist doch rot, das Gemälde. Aber da ist nix. Gut. Oder meint er direkt südlich von diesem roten Auge da? Nee, ich gehe erstmal ein Stückchen zurück. Mal gucken, ob da noch irgendwas auf uns wartet oder so. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Obwohl, ein rotes Gemälde gibt es hier eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja von einer Dings gefallen. Nee, mir wurde auch in den Kommentaren ja gesagt von euch. Ich muss nicht mehr mehr zurückgehen. Dann bin ich jetzt auch einfach mal so frei und vertraue euch, dass ich nicht zurücklaufen muss. Die Hände machen mir immer noch Angst. Aber ich weiß auch nicht so wirklich, was ich mit den Händen machen soll. Die Hände machen mir noch nicht mehr zurück. Ich kann jetzt die Händen machen, was ich mit den Händen machen soll. Genau, da kann ich jetzt die Händen machen. Händen machen, was ich mit den Händen machen soll. Hier ist etwas auf dem Grund. Roten Glasball. Wo muss ich jetzt mit einem roten Glasball reinstecken? Muss ich ihm das vielleicht geben? Der macht mir Angst. Ich mag den nicht. Mann. Ah, vielleicht mussten wir jetzt dieses rote Teil hier irgendwo reinpacken in der Hand. Oder auch nicht. Äh, gut. Ich bin heute mal wieder ein wenig durch den Wind, wie ihr hört. Bin ich jeden Tag, das wisst ihr. Aber heute irgendwie mehr als sonst. Ah, da das als Auge der Rahiai einstecken. Behind the big tree. Hinter dem großen Baum. Okay. Ähm. Wo zum Teufel haben wir zuletzt einen großen Baum gesehen? Ist hier irgendwo ein großer Baum? Nee. Hier war kein großer Baum, oder? Oder irre ich mich da? Oh Gott, ich will... Nein, 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 nein... Puh, das hat mir ein wenig alles gemacht. Das sind ja auch wohl keine Bäume. Das sind ja, ja, Griffe. Hände sind das. Hinter dem großen Baum. Ist das hier ein Baum? Ein Schilder von einer Mädchen. Hm, fast. Hinter dem großen Baum. Hinter dem großen Baum. Ja, das kann ich ja wohl noch einigermaßen übersetzen. Wo haben wir denn zuletzt einen Baum gesehen? Könnt ihr euch noch an den Baum erinnern? Baum. Ich kann mich nicht mehr an den Baum erinnern. Übrigens, heute gehen auch mal wieder Grüße an meine, ähm, an meine allerbeste Tutti-Futti-Futti-Futti-Freundin raus. Wey! Die mich immer wieder zum Lachen bringt. Wow! Heilige Scheiße. Mir fällt aber gerade nichts Witziges ein. Also, äh, Ich hoffe, das reicht. So. Hinter dem großen Baum. Wo ist hier bitte ein Baum? Ich habe schon seit so langer Zeit keinen Baum mehr gesehen. Hier ist kein Baum. Und ich denke, ich muss auch nicht zurücklaufen. Hier ist nirgendwo ein Baum. Vielleicht ist das ja auch eine Metapher. Vielleicht steht der große Baum ja für das männliche Geschlechtsorgan. Meinst du? Nicht? Hm. Hier ist ja auch nichts irgendwie. Nichts besonderes hier so, ne? Behind the big tree. Einmal nochmal speichern. Ein Bild von Koffe und Kuchen. Oh yeah, Koffe und Kuchen. Ich liebe Koffe und Kuchen. Hier ist auch nichts. Da stand doch auch noch gerade was mit roten Gemälde hier, dass ich da direkt ins Süden geben soll. Ist damit vielleicht das Gemälde hier gemeint, dass ich hier jetzt an die... Ne. Ne, 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 ne. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Bist du zufällig ein Baum? Die Blumen sind so nett. Ich will nur ein bisschen... Ah! 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 Ich muss dann einfach immer direkt... mitmachen. Ich kann mich auch nicht halten, du. Hallo. Ist hier irgendwo... ein... ein großer Baum? Oh. Behind the big tree? Hier ist einfach kein Baum. Warum sollte hier auch irgendwo ein Baum sein? Baum! Wir gehen einfach nochmal jetzt ein bisschen zurück und gucken, ob da irgendwas ist. Könnte ja eventuell sein, dass der... der diesen Kommentar schrieb, mich verarscht hat. Dreckig und hart. Moment, ich hoffe. Ich vertraue euch, ja. Ich mach alles, was ihr sagt. Ihr seid mein Leben. Ja, okay. So viel vielleicht dann doch nicht. Dass die Musik hier immer sich ändert, da habe ich immer wieder Schiss. Muss ich sagen. Ja, der Mund, der ist schön. Ähm... Aber hier war auch nirgends wo ein Baum. Oder? Behind the big tree? Hier sind Bäume. Hallo. 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 Also heute Abend. Heute Abend. Heute Abend wird ein schöner Tag. Ähm... Dieses Video werde ich dann wahrscheinlich... Ähh... Sonntag hochladen. Ähm... Das heißt, dass ich gestern trinken war. Ja, ich war gestern, gestern ein Heben. Ein Heben, der Junge, ein Klaps drauf geben. Sag es nicht deinem Paps. Was? Ich kenne das Lied überhaupt nicht. Das, nein. Never ending story. Never ending story. Ich komme meiner Stimme einfach nicht mehr so hoch. Ich könnte weinen deswegen. Jetzt habe ich mal aufklären, dass da oben eine so eine Lücke ist, die so perfekt ist, um da getrappt zu werden, aber da ist irgendwie so nix. Ich gucke da nur ganz kurz hin. Return to title. Äh, no. Das war, glaube ich, weil ich gerade Steuerung gedrückt habe. Kann das sein? Wie habe ich das gerade geschafft, dass da stand Return to title? Ich habe keine Ahnung. Na ja, äh, meine Movieaufnahme ist jetzt auch schon zu Ende. Movieaufnahme, da meine ich übrigens immer meine Kamera, weil die mich ja aufnimmt. Eine Canon EOS 600D, wer sich das schon immer gefragt hat. Deswegen würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bin Little Confused Brain oder einfach die Harnik. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Deswegen nicht lang, starken Kopf in den Nacken. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Brain. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.